Sehr erfreut. Ich bin Ketaklea. Fehlanzeige. Ich will mit ihm über meine Beziehung sprechen. Du bist Weltenbummler. Du wirst leben sehr lange. Viele Freunde haben, viele Erfahrungen. Du wirst haben zwei Ehen. Eine lang, eine kurz. Und bin ich gerade in der langen oder in der kurzen? Kann nichts sagen. Und du verlierst alles Geld, was hast. Kann sein in sechs oder zehn Monaten. Keine Angst. Du holst alles wieder zurück. Und du wiederkommst nach Bali und bleibst drei oder vier Monate und lernst mir deine Sprache. Ich nie gehabt jemanden, mit dem ich üben kann viel. Und dann, ihr werdet ihr alles lernen, was ich weiß.